Hallo Leute, heute geht es darum, wie ihr jedes Wallet auf die Raspberry Pi bringen könnt. Ja, ich denke, das wird das Killer-Feature schlechthin sein, denn immerhin ist es wirklich teilweise sehr, sehr schwierig, die ganzen Wallets auch auf der Raspberry Pi zu installieren, denn wir können nicht einfach die Linux-Version nehmen und dann mal gucken, okay, kriegen wir sie zum Starten, ja, nein, oftmals müssen Anpassungen gemacht werden, der Source-Code neu kompiliert werden, halt eben auf Arm und ja, das ist alles sehr, sehr aufwendig und nervig und vor allem für jeden Coin geht das dann wieder ein bisschen anders, ich denke, ihr kennt das Problem und gerade wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich meine ganzen Staking-Coins auf meine Raspberry Pi packe und von dort aus eben diese Coins staken lasse, da muss ich nicht meinen Rechner laufen lassen, ich muss mir keinen Server kaufen, ich muss, ja, ich spare einfach eine ganze Menge Geld in Form von Strom, den ich da dann eben nicht investieren muss, beziehungsweise für die Leute, die sagen, okay, das hätte sich bei mir nie gerechnet und deswegen habe ich es nie gemacht, aber jetzt so mit einer Raspberry Pi ist das schon eine coole Idee, dann schaut euch unbedingt dieses Video an, denn heute zeige ich euch, wie ihr wirklich jedes Wallet zum Laufen auf der Raspberry Pi kriegt. So, was ist jetzt eigentlich das Ursprungsproblem einer Raspberry Pi? Erstens ist es eine ARM-CPU und die meisten Wallets, sie sind eben für x86-CPUs, beziehungsweise eben für 64-Bit-CPUs, also zumindest mal für ein komplett anderes, ja, System kann man schon sagen. Dann kommt noch dazu, dass wir Linux verwenden, beziehungsweise ja, eine Art von Linux und die meisten Wallets eben für Windows funktionieren, für Linux sind sie meistens auch etwas komplizierter einzurichten, manche starten so easy, aber andere, wie beispielsweise das Jumpcoin-Wallet, da müssen wir noch ein paar Dinge vorher eben installieren, damit das Wallet überhaupt starten kann. Ja, und um das alles zu umgehen, emulieren wir jetzt einfach ganz, ganz viel. Wir emulieren ARM auf x86, also wir holen uns einen ARM zu x86-Emulator und holen uns dann einen Linux x86-Emulator auf Windows. Also der emuliert dann das emulierte x86 auf Windows. Und ihr denkt jetzt bestimmt, wie kann das noch flüssig laufen auf einer Raspberry Pi und es funktioniert, es ist so gut programmiert, dass wir da easy mehrere Wallets gleichzeitig auf einer Raspberry Pi laufen lassen können, ohne dass sie komplett überfordert ist. Und was heißt das eigentlich im Endeffekt für uns? Ja, viele denken jetzt direkt wahrscheinlich an den Fawcet-Collector, denn das ist ja auch ein x86-Programm, das heißt, was es sogar nur für Windows gibt, das heißt, es wird sogar noch schwieriger. Ja, wir müssen wieder doppelt emulieren, um das hinzukriegen. Für den Fawcet-Collector bin ich noch voll dabei, das ist richtig schwierig, ich war schon mehrere Stunden dran, aber für die Wallets habe ich eine Lösung gefunden und die würde ich euch jetzt gerne mal präsentieren. So, wir können auch schon direkt das Ergebnis sehen und zwar habe ich tatsächlich die Jumpcoin Wallet auf einer Raspberry Pi installiert. Wir können auch easy sehen, dass es eben eine Raspberry Pi ist und dass ich hier nichts gefakt habe. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, zumal sich das Jumpcoin Wallet, wie schon anfangs erwähnt, auf Linux generell nicht so gut installieren lässt und hier habe ich das mit ein paar Klicks gemacht. Also, man könnte denken, boah, das wird jetzt super kompliziert, aber nein, es war überhaupt nicht kompliziert. Erstmal die Installation von diesem ganzen Programm, die wird relativ leicht beschrieben. Wir brauchen dann einfach nur die ganzen Kommando-Befehle kopieren und eben in der Konsole einfügen. Ja, ich schließe jetzt mal das Jumpcoin Wallet. So, das habe ich hier in der Konsole gemacht. Wir schauen uns mal kurz an, was hier eigentlich gemacht wurde. Ja, ihr könnt schon sehen, ich habe hier schon eine ganze Menge Versuche mit dem Fawcett-Collector gemacht, aber wie schon gesagt, ist es ein bisschen schwieriger als eigentlich gedacht. Ja, liegt am Microsoft Net Framework 4.6 oder sowas, braucht eben der Fawcett-Collector und der ist so schwierig auf der Pi eben zu installieren. So, wir haben für die ARM auf x86-Emulation, haben wir ein Programm namens Exagier. Exagier, also Exagier hat es sich mehr oder weniger zur Mission gemacht, eben die ganzen ARM-Einplatinen-Computer fähig zu machen, x86-Programme auszuführen. Und dafür haben sie eben dieses Programm hier entwickelt. Das andere Programm, was zum Einsatz kommt, das werden die Linux-Kenner auf jeden Fall kennen, nennt sich Wine. Und ja, Wine ist kostenlos, also alles gut. Das Problem, sage ich mal, was eher besteht, ist, dass Exagier eben ein bisschen Geld kostet. Und ich habe das gerade mal hier offen, Exagier würde für die Raspberry Pi 3 24 Euro kosten. Also das müsst ihr in eure Berechnung nochmal mit einfließen lassen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich müsste mir jetzt eine Raspberry Pi kaufen, ich müsste mir jetzt noch eben die Lizenz kaufen. Aktuell gibt es sogar eine zweite Lizenz umsonst. Aber ganz umsonst gibt es die Lizenz nicht. Das nur schon mal am Anfang erwähnt. Aber wie gesagt, wir brauchen es leider, denn Wine wird unter Arm nicht funktionieren. Wir brauchen erstmal die Emulation auf x86. Haben wir dann alles lauffähig, nach dieser total einfachen Anleitung, wo wir nur Copy and Paste machen müssen, dann gehen wir hier eben in Exagier, sagen Exagier. Sollte man da schon richtig schreiben, Exagier. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig geschrieben. Und dann startet eben diese virtuelle Konsole mit einem extra Betriebssystem. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, was macht das denn jetzt hier für ein Fass auf? Aber wir sehen hier schon an der Leistung, die geht nur ganz, 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 ganz minimal hoch, gerade sogar bei Null. Also das hat hier fast gar nichts ausgelöst. Das ist so ressourcensparend programmiert. Da war ich selbst überrascht. Und Wine habe ich jetzt auch schon installiert. Das ist auch eben alles in der Anleitung. Und dann geben wir nur einen Wine. Und jetzt machen wir Jumpcoin-Qt.exe. Wenn ich mich jetzt nicht verschrieben habe, dann startet jetzt instant das Jumpcoin-Wallet. Ja, so starten wir alle Programme mit einer .exe-Endung. Dann startet er hier so eben Wine. Und dann sollte es auch funktionieren. So, wir sehen das Wallet langsam starten. Es kann ein kleines bisschen dauern. So ein bisschen braucht er dafür. Beim ersten Start können da durchaus auch Fehlermeldungen kommen. Und dann stürzt das Ding ab. Das macht aber nichts. Wir starten es ein zweites Mal und dann funktioniert das auch. Ja, das passiert halt ab und zu mal. Und genau auf die gleiche Art können wir, wenn wir diese ganzen Programme eben installiert haben, können wir dann auch jedes andere Wallet starten. Wir müssen im Endeffekt dann nur noch Wine in die Konsole eingeben. Wir müssen die Exe im Home-Pi-Verzeichnis haben. Dann müssen wir keinen Pfad angeben. Dann ist das noch einfacher für uns. Und dann könnten wir jetzt hier auch die Bitcoin-Qt.exe starten oder die XSN-Qt.exe oder Redcoin.-Qt.exe. Ganz egal, welches Coin-Wallet das ist, können wir dann alles eben mit diesem Befehl starten. Und dann können wir eben noch das Wallet importieren. Wir haben da auch einen eigenen Ordner für. Und dann können wir eben die Coins direkt von der Pi ausstaken. Deswegen schwieriger wird es nicht. Außer, dass wir ein bisschen Geduld haben müssen. Aber das wird schon alles mit Geduld, wird am Ende alles klappen. So sehe ich das. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass ich irgendwie den Foresight-Kollektor ans Laufen kriege. Das interessiert, denke ich, sogar noch mehr Leute, weil sie sagen, okay, dann ist das Ding auf jeden Fall auch profitabel. So, ich habe gerade noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, um euch auch zu zeigen, okay, das Wallet startet in jedem Fall. Jetzt fängt er gleich wieder an, die Blockchain weiter zu synchronisieren. Und dann läuft das Ganze auch. Wir haben jetzt hier auch schon eine Jumpcoin-Einzahlungsadresse bekommen. Wir können hier aber auch unsere Wallet.dat eben importieren und können dann hier staken. So, wenn jetzt die kompletten Linux-Neulinge sagen, selbst Copy und Paste ist mir in dem Fall zu viel, weil mich das einfach überfordert und ich das nicht verstehe, weil ich sowas wirklich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht habe, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ich verstehe es nicht, ich würde es gerne verstehen, ich brauche das auch wirklich. Und wenn das eben eine ganz große Mehrheit ist, die das sagt, dann kann ich gerne auch mal die komplette Einrichtung von der Wallet-Geschichte zeigen. Wie gesagt, es gibt natürlich auch einen anderen Weg, das zum Laufen zu kriegen, wobei das noch viel, viel komplizierter wird und dann am Ende vielleicht nicht mal mit jedem Wallet klappt. Und da finde ich das schon eine deutlich einfachere Methode. Gegebenenfalls kann ich euch auch noch mal eine ganz andere Methode vorstellen, die dann eben darauf abzielen würde, direkt einen Windows 10 Mini-PC zu berücksichtigen, den wir dann eben für die Wallets und für den Fawcett-Kollektor einsetzen. Der würde dann etwas unter 100 Euro kosten, ist dann aber auf jeden Fall nicht günstiger wie eine Raspberry Pi. Trotz dem Kauf des Exa-Gear-Programms kommen wir da nicht dran. Preislich, das heißt, die Raspberry Pi wird immer noch günstiger sein, wird immer noch weniger Strom verbrauchen. Also ist die Lösung auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall die bessere. Deswegen ist es auch die, die ich jetzt hier gezeigt habe. Aktuell gibt es noch keinen Affiliate-Link für das Programm. Das heißt, ihr könnt es einfach so kaufen, falls ich jetzt ein Angebot von Exa-Gear kriege und sie sagen, okay, ja, wir geben dir einen Link und du kannst da ein bisschen was mitverdienen. Dann werde ich das noch in die Beschreibung packen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass ihr auf gar keinen Fall mehr bezahlt. Aber ich habe das jetzt tatsächlich kostenlos gemacht. Also ich kriege außer eurem Dank nichts für das Video, weil manche Leute ja meinen, sie müssten mir irgendwelche Dinge unterstellen, von wegen, ja, ich mache das ja nur wegen den Provisionen oder so. Was völliger Schwachsinn ist, weil ich auch viele, viele Videos mache, wo ich wirklich nichts von habe, außer den paar Klicks und ein bisschen YouTube-Werbeeinnahmen, die aber nicht mal ansatzweise das widerspiegeln, was ich hier an Arbeit und natürlich auch Material reinstecke. Aber das nun mal so im Nebensatz erwähnt, weil das in letzter Zeit so oft hochgekommen ist. Ich hoffe, dass es damit ein für alle Mal erledigt. Ja, Leute, das war es soweit mit dem Video für diesen Sonntag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Jetzt würde mich unbedingt noch eure Meinung zu dem Thema interessieren. Sagt ihr, boah, geil, danke, dass du mir das endlich gezeigt hast. Oder sagt ihr, boah, voll unnötig, habe eh schon meinen Server am Laufen, brauche ich eigentlich gar nicht voll die überflüssige Info. Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen, damit ich weiß, was ihr eben sehen wollt. Ansonsten würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen, sofern euch das Video gefallen hat. Natürlich auch über ein Abo, sofern ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann schaut auch mal unbedingt in die Beschreibung. Da findet ihr die wichtigsten Links aus dem Video und generell zum Thema Kryptowährung und Co. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und würde ich sagen, wir sehen uns aller spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Meistens dann aber schon am Samstag um 18 Uhr. Also bis dann, Leute. Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!